Und weiter geht's mit Bitcoin Billionaire. Wir fangen einfach mal an. Ihr seht, ich habe da oben schon relativ viel Kohle am Start und jetzt machen wir einfach mal weiter und sammeln unser Schotter. So, das läuft auf jeden Fall ganz gut. So, klicken wir da, dann öffnen wir hier gleich mal das Paket und checken, was da drin ist. Jo, sieht sehr gut aus. Dann klicken wir gleich mal weiterhin hier auf investieren. Dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen was investieren. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr investieren würdet. Ich investiere jetzt einfach mal hier drin. Jo, und 7,96. Da müssen wir noch kurz warten. Dann können wir aber einfach mal ein bisschen mithelfen. Zack, jetzt haben wir hier 7,96. Ich gehe auf investieren und mache das einfach mal. Zack, sehr schön. Dann gehen wir hier rauf und drehen einfach mal so einen Freespin. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Auf jeden Fall eine... Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir hier raus und hier raus und klicken ein bisschen weiter, Alter. Jetzt haben wir richtig Schotter gemacht. Was haben wir hier? Jetzt gibt es das for free. Das akzeptieren wir einfach. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir gut was abgezogen. Aber es ist ja, Alter, passiert. Dumm gelaufen auf jeden Fall. Wir öffnen das hier gleich mal und gucken, was hier drin ist. Start. Alter, jetzt machen wir hier ein bisschen Schotter. Jetzt können wir gut klicken. 20 Sekunden haben wir Zeit, wie ihr seht, um die Kohle hier auf unser Konto zu schieben. Ich hoffe, das kriegen wir auf die Reihe, dass es eine Menge wird. Aber es sieht ja nicht gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Immer schön klicken. Darauf kommt es an. Jetzt ist es auch schon vorbei. Jetzt öffnen wir das hier und sagen, jo. Dann können wir die Kiste hier gleich nochmal öffnen und gucken, was da drin ist. Sehr schön. Das läuft auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was investieren. Und das machen wir auch. Ich weiß zwar noch nicht, worin, aber wir finden da schon was. Aber erstmal gehe ich zurück und mache hier ein Upgrade. So, sehr schön. Das haben wir auch hinter uns. Jetzt gehen wir auf investieren und gucken, was wir hier, in was wir investieren können. Dann gehen wir hier auf jeden Fall in die Videogame-Industry. Gehen wir wieder raus und klicken ein bisschen weiter. Die 10 Mille hier, die wir auf Tasche haben, die können wir auch gleich nochmal investieren. Das machen wir gleich. Okay. Oh, jetzt hat es auf jeden Fall wieder geknallt in der Kiste sozusagen. Jo, das läuft auf jeden Fall wieder sehr schön für uns. Okay. Und weiter machen wir. Dann gehen wir hier nochmal ruf und checken hier mal ab. Jo, das nehmen wir natürlich auch gleich mit ein. Dann können wir auf jeden Fall nochmal investieren. Oder wir können ja mal Upgrades. 74. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen sparen. 38 haben wir auf Tasche. Da könnten wir jetzt hier ein bisschen weitermachen. Ich weiß aber noch nicht, in was wir investieren. Ja, 38. Wir könnten hier nochmal drinnen investieren von mir aus. Das machen wir auch. Jo, dann gehen wir hier wieder raus und gehen hier nochmal raus und klickern noch ein bisschen weiter. Weil dieweil, wir brauchen Kohle. Das wisst ihr ja. So. Was haben wir hier drin? Oh yes. Oh yes. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder Jutschotter dazu. Jetzt können wir richtig klicken. Komm, 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 Baby. Das läuft auf jeden Fall sehr gut vor uns. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Jutschotter. Gut, Kohle scheffelt in kürzester Zeit. So soll es auch sein. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt gucken wir hier nochmal rein, was wir da haben und öffnen das hier einfach. Okay. Mann, ich will kein Video gucken, aber das müssen wir jetzt kurz mal machen. Vielleicht kriegen wir dann irgendwas für. Hier unten sehen wir die Zeit. Wir machen das einfach mal und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Fantastika. Eine neue App. Können wir auch mal gucken, was das für eine App ist. Die könnte ich euch eigentlich mal vorstellen. Dann schließen wir das aber erstmal wieder. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Belohnung dafür gekriegt. Jetzt würde ich sagen, investieren wir gleich nochmal. Das machen wir erstmal nochmal hier auf. Gucken da nochmal rein. Cool, jetzt haben wir schon über 50. Oh yeah, oh yeah. Das war auf jeden Fall richtig cool gerade. So, und weiter jetzt. Klicken, 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 klicken. Hier oben seht ihr, wie viel ihr pro Sekunde macht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann öffnen wir das hier erstmal nochmal kurz und checken ab, was da drin ist. Dann investieren wir das nochmal. Ich würde sagen, wir investieren das hier drin gleich mal. Genauso ist es nämlich. Dann haben wir was neu freigeschalten. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.